Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad-Banning-Challenge. Wir haben uns gestern schon um die Community Team of the Season SBC gekümmert, mit dem garantierten Community Team of the Season drinnen. Und jetzt sind wir hier bei Twitch, gerade live, öffnen die Packs der Community, also passend zum Community Team of the Season Pack, öffnen wir jetzt hier die Packs der Community. Wie viele gemeinsam hier in dem Video zusammenkommen, weiß ich jetzt noch nicht. Ihr seht es im Thumbnail, ihr seht es im Titel, aber was ich weiß, ihr könnt das Video auf jeden Fall supporten, mit einem Daumen nach oben, 300 Likes, gehören wir als Ziel raus, ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen, wenn ihr generell keine weiteren Squad-Banning-Challenge mehr verpassen wollt, Pack-Openings etc. pp. Oder ihr könnt uns natürlich gerne auch mal live verfolgen, und zwar bei Twitch. Auch da heißen wir Archie Gaming oder auf allen anderen Social-Media-Plattformen. Also, damit würde ich sagen, können wir rein starten mit dem ersten Pack, und das ist von Zange. Er hat es vorbereitet, insofern kann ich dir auf jeden Fall schon mal das Go geben. Du kannst es gerne öffnen jetzt, Zange. Ich wünsche dir Pack-Lack, danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Pack. Und ich drücke dir jetzt die Daumen, ja. Ich hoffe, ihr auch, ihr gerade, die jetzt zuschaut bei YouTube, schreibt in die Kommentare, keine Ahnung, was auch immer, drückt einfach die Daumen. Schreibt mir gerne in die Kommentare übrigens, dass ihr gezogen habt, ja. Falls ihr hier nicht im Chat gemeinsam das Set aufgemacht habt, oh, dann schreibt mir gerne rein, was ihr in eurem Community-Team auf der Season-Pack drinnen hattet. Und das sieht nach Busquets aus, es wird ein Busquets direkt. 83er, äh, 83er, ja moin, 93er natürlich. Sergio Busquets ist am Start. Und da muss ich gleich direkt erwähnen, das Tempo, das Tempo kommt da ein bisschen um die Ecke. Ihr guckt mal eben gerade nochmal nach, ob sich da preislich nochmal was verändert hat. Busquets, kannst du mal gerade preislich gucken. Zwischen 80 und 90k. Was sagst du, Zange, zu dem Busquets? Ich gucke mal gerade rein in den Chat, ob er schon reingeschrieben hat. Hat er bis jetzt noch nicht. Er schreibt, naja, immerhin Rating. Ja, so würde ich das Ganze jetzt auch erstmal sehen. Ja, es ist halt schwierig. 70k kostet, wie gesagt, jetzt der Busquets. Und die SPC selber kostet 80.000, 85.000 Münzen. Also Verlust hast du auf jeden Fall so gesehen nicht damit gemacht. Den kannst du wunderbar in der SPC benutzen. Oder zum Beispiel dann nächste Woche fürs Premier League Team of the Season als Totspieler. Also, insofern ab ins nächste Set. So, Jungs, wir sind im nächsten Set und zwar von AC World. Danke dir auf jeden Fall schon mal für das Community Team of the Season Pack. Ich wünsche dir schon mal ordentlich Packluck. Ich hoffe, die Community auch. Und damit würde ich sagen, starte rein. Mach das Set gerne auf. Ich bin gespannt, wer es wird. Und ob du dann zufrieden bist. Kannst gerne direkt danach auch deine Meinung mal reinschreiben. Denkt dran, den Preisvergleich zu machen. Und Abfahrt. Also, ich bin gespannt, was drin ist im Set. Community Team of the Season Spieler Nummer 2 für das Video. Come on, let's go. So, Jungs, und da geht das Set auf. Da geht das Set auf, Jungs. Perfekt. Komm schon, let's go. Spanien wird es wieder. Diesmal wieder ZDM. Oh, es wird einfach ein Back-to-Back. Es wird einfach Back-to-Back. Back-to-Back, Sergio Busquets. Ja, und ich habe es eben schon erwähnt. Ein bisschen, ja, es könnte SPC-Futter sein. Klar, er ist nicht spielbar durch sein Tempo. Ja, aber man kann ihn natürlich dann wunderbar für nächste Woche Donnerstag zum Beispiel zum Premier League Team of the Season als 93er-Totz-Karte direkt drin haben. Man kann davon ausgehen, dass auf jeden Fall wieder mindestens ein Team of the Season gefordert ist in dem nächsten garantierten Team of the Season SPC. In der nächsten garantierten Team of the Season SPC. Und wenn du dann direkt einen 93er da reinballerst für einen 86er-Squad oder 87er-Squad, dann ist das natürlich mega hilfreich. Und damit haben wir jetzt Sergio Busquets am Start. Wie gesagt, schade, dass sein Tempo nicht so am Start ist. Sonst natürlich ordentliche Stats. Und ja, Tempo und Balance ist halt eher nicht da. Damit eher SPC-Futter. Und ich denke, das ist auch seine Meinung. Guckt mal gerade rein. Nee, reingeschrieben hat er noch nicht seine Meinung. Aber damit will ich auf jeden Fall sagen, gehen wir ab ins nächste Set. So Jungs, jetzt sind wir hier beim André am Start. Das dritte Pack steht an vom Community Team of the Season. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal ordentlich. Impact lag André. Let's go. Ich sehe gerade auf der Bilanz. Du hast 1090 Siege. 73 Niederlagen nur. Und 19 unentschieden. Das war wie immer eine kranke Bilanz. Bilanz GG dafür. Ja, und dann Abfahrt. Komm schon, let's go. Community Team of the Season. Ich gebe dir das Go. Du kannst das Pack öffnen. Wer wird drin sein? Das ist die große Frage. Er hat eben schon reingeschrieben. 90 Plus würde er auch schon nehmen. Insofern gucken wir mal. Was das Ganze jetzt hier gibt, das Set. Abfahrt, Jungs. Let's go. Da geht das Set auf. So muss das Ganze laufen hier. Komm schon. Zeig uns Zaha. Zeig uns die englische Flagge für Gomez. Hey, das ist Simon. Hey, es ist Simon. 200K kostet der gute Mann. Das ist top. Jungs, fettes GG für André auf jeden Fall. Er schreibt schon rein. Yes, Mann. Richtig geil. Einfach nur richtig, richtig nice. 200K kostet Simon auf der Xbox. Und auf der Playstation sogar. Oha. 280K. Und er ist auf der Playstation. Also, eine SPC, die 80K kostet. Und man zieht einfach Simon. Ja, ich würde sagen, das ist saftig. Das ist richtig fett. Und sehen, die Leute schreiben auch schon alle rein. GG. Großer Gewinn. Also, das ist schon heftig. Heftig einfach nur. Die ist broken. Ja, richtig. Gucken wir uns doch mal das Ding an. Er packt sie direkt im Verein. Dann halt nicht. Aber, ja. Auf jeden Fall fettes GG an André. Ich hoffe, ihr feiert das Ganze auch. Lasst auf jeden Fall ein fettes Like für André da. Aber er wird zappt, denke ich. Ich schreibe da gerade rein. Das wäre natürlich schade. Wirklich mega GG. Und damit rein ins nächste Set. So, Freunde. Jetzt sind wir beim nächsten Pack am Start. Und zwar beim Robin. Ja, gucken wir mal, was wir drin haben. 30 Packs hat er insgesamt hier am Start. Gut auf jeden Fall, weil es am Ende direkt angezeigt wird. Das Untravel Community Team of the Season Pack. Gerade wird es noch ihm angezeigt. Perfekt. Also, insofern. Ja, du machst es gerne auf, Robin. Ich wünsche Pack-Lug. Eben hatten wir C-More am Start. Wer wird es jetzt werden? Wer wird es jetzt werden? Das ist die große Frage. Insofern Daumen drücken. Trommelwirbel. Und Daumen drücken, dass es was Geiles wird bei Robin. Komm schon. Let's go. Eben hat er reingeschrieben. Wer hat es reingeschrieben, dass er andersherum gezogen hat? Und zwar den Bell. Also, anders sind wir natürlich auch nice. Hashtag Pack-Lug kommt auch schon um die Ecke hier im Chat. Aber da geht das Pack jetzt auch endlich auf. Alles klar. Da geht das Pack endlich auf. Und es wird, komm schon, Ivory Coast. Oh nein, wieder nicht. Nicht schon wieder. Ein drittes Mal Busquets. Oh, Jungs. Also, ganz ehrlich. Mit Sergio Busquets. Ich weiß. Er ist nicht spielbar. Aber ich habe es ja eben schon erläutert. Bei den gefühlt 5000 Mal vorher, wo wir den gezogen haben. Du kannst ihn halt top benutzen. Für nächste Woche. Für, keine Ahnung. Für die Woche drauf. Micha schreibt es auch gerade schon rein. Einfach nur Lull. Einfach lost komplett. Sergio Busquets. Ich glaube, alle Packs, die jetzt gleich noch kommen, Jungs. Da wird einfach Sergio Busquets drin sein. So ein Ding ist das. Ja, so ein Ding ist das. Ganz einfach. Ja. Welt schreibt rein, das ist belastend. So belastend finde ich das gar nicht, wie gesagt. Weil man ihn wunderbar, zum Beispiel für nächste Woche, zum Premier League Team of the Season, dann direkt reinballern kann. Das wird ein High-Rated Squad sein. Oder auch die anderen Main-Haupt-Team of the Seasons. Und könnt mir gerne auch bei YouTube mal eure Meinung zum Busquets reinballern. Klar, er ist nicht spielbar wegen dem Tempo. Aber Rating-mäßig kann man sich da... Hat er den untradeable? Aber das ist natürlich doppelt bitter. Ja, musst du jetzt gucken, was du mit ihm machst, mit dem Busquets. Wir diskutieren jetzt weiterhin im Chat. Und damit rein auf jeden Fall fürs YouTube-Video ins nächste Pack. So, Jungs, jetzt sind wir hier bei Ultimate German, 99 am Start. Danke dir auf jeden Fall für das Set. Ja, ich wünsche dir Pecklack. Hau rein, mach's auf. Ich bin gespannt, was du drin ziehen kannst. Wir sind gespannt, was du drin ziehen kannst. Ob es genauso erfolgreich wird wie vorhin. Ob es wieder im Busquets wird? Weiß es nicht. Man weiß es nicht. Bin gespannt. Und ich gebe das Go. Öffne es gerne. Was für eine Bilanz. Oha, 1240 Siege, null Niederlagen, null Unentschieden. Das ist echt heftig, die Bilanz. Oha, ist es wieder Simon? Jungs! Ich sag ja, ich bringe euch Pecklack. So ein Ding ist das. 88er Simon ist am Start. So sieht's aus. Und André hat es vorher reingeschrieben. Komm, noch ein Simon. Heftiger Typ, schreibt rein. Nice, GG, GG. Alter, nice. Tronix schreibt OH rein. Nice, Jungs. Ich hab's euch gesagt. Pecklack bringe ich euch. Und damit haben wir jetzt insgesamt sechs Sets. Ja, und 50% waren davon zweimal Simon. Und einmal Mukiele. Ich würde sagen, das ist top. Und dreimal Bruce Gets. Was wollt ihr denn mehr? Er schreibt rein. Sau geil, bin richtig happy darüber. Habt ihr den auch gewünscht? Ja, perfekt, Jungs. Ich mach euch hier die Wünsche. Mach ich euch klar. Ich erfülle euch die Wünsche. Sei ihm gegönnt, schreibt der Tronix. Und wie gesagt, damit soll es gewesen sein. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Von Simon jetzt hier den zu ziehen. Wie gesagt, er ist mega viel wert. Und viel Spaß mit Simon. Mehr kann ich dir da auf jeden Fall nicht wünschen. Ich kann nur, wie gesagt, den Leuten sagen, falls ihr mal am Start beisammen wollt, seid hier bei Twitch aktiv. Lasst auf jeden Fall uns gemeinsam hier die Sets öffnen. Und lasst ein Follow da. Ja, genauso wie das jetzt hier gerade der, ähm, bin echter als der, äh, alles klar. Ja, auf jeden Fall hat ein Foto da gelassen. Ähm, und, ja, das auf jeden Fall dazu. So, jetzt sind wir hier bei Shaikun am Start. Er hat wieder ein Set vorbereitet. Bin gespannt, was er drin hat. Und, ich würde sagen, let's go. Abfahrt, der Hase. Bin gespannt, was auf jeden Fall drin ist. Community, Team of the Season Spieler. Let's go. Haben wir wieder Pegluck, genauso wie eben. Es wäre ein fettes GG. Es wäre verdient. Komm schon, 80k für die SPC bezahlt. Und, Shaikun bekommt Belgien Courtois. Courtois? Jungs, 93er. Der nächste kommt um die Ecke. Nach Busquets ist es endlich etwa ein neuer 93er. Und zwar der Torhüter Courtois. Shaikun, du kannst gerne mal schon mal reinschreiben. Deine Meinung zum, äh, Courtois. Und, äh, wir gucken kurz preislich uns das Ganze an. 75k kostet der preislich auch nur. Aber, ich hab's ja schon mit, äh, Busquets erwähnt. Also die preislichung ungefähr übrigens, äh, fast identisch. Äh, was auf der Playstation das Ganze angeht. Äh, auf der Xbox das Ganze angeht. 80k kostet der, äh, auf der, auf der Playstation der Courtois. Also identisch viel, wie auch die Squad Bin die Challenge kostet. Das heißt, Minusgeschäft ist Coinsmäßig auf jeden Fall hier schon mal nicht am Start. Das kann man auf jeden Fall schon mal definitiv sagen. Und Shaikun schreibt, haha, nicht so gut, wenn man den 90er in die SPC abgestoßen hat. Ja gut, jetzt hast du auf jeden Fall einen 93er für nächste Woche. Für das Premier League. Team of the Season, um, äh, Courtois da reinzuballern. Ähm, ich würd's auf jeden Fall extrem nutzen. Und wenn's ein 76er oder 87er gradeter Squad ist, hast du jetzt schon mal einen 93er Team of the Season, den du da reinballern kannst. Oder du benutzt halt Courtois und spielst mit ihm. Ich weiß nicht, wie dein Team aussieht. Das aber auf jeden Fall dazu. Schlecht finde ich das jetzt zum Beispiel auch nicht. Also, wie gesagt, äh, so ein richtig schlechter hatten wir heute noch nicht am Start, meiner Meinung nach. Mit Leno, Pepe. Wer ist halt, äh, richtig Voice Kids oder Bentacur, der nur 35k kostet. Insofern würde ich sagen, gucken wir uns kurz ein Team an. Ja gut, in das Team kannst du den eher schlecht reinballern. Aber damit das auf jeden Fall zu Shaikuns Pack. So, Freunde, und jetzt sind wir hier bei Pack Nummer 5, glaube ich. Bei heftiger Typ, ähm, 87. Danke dir für das Pack, was du hier ready to go gemacht hast. Er hat die SPC eben gemacht. Er hat ein bisschen Angst, welcher Spieler wohl drin ist. Ich geb dir gern das Go, auf jeden Fall jetzt das Set zu öffnen. Ich hoffe, es ist was drin, was dich auf jeden Fall happy macht. Und wie gesagt, sonst kannst du das auf jeden Fall im Laufe der nächsten Woche für weitere garantierte Team of the Season so far, äh, SPCs benutzen. Öffnen das Pack. Let's go, würde ich sagen. Hashtag Packluck in die Kommentare bei YouTube. Hashtag Packluck auf jeden Fall auch hier rein in den Chat bei Twitch. Komm, England. Frankreich. Innenverteidiger. Hey, Muklede, let's go. Das ist richtig gut, Jungs. Das ist richtig gut. Und der ist ja richtig teuer auch. Also, wir gucken uns das ganze Ding gerade mal an. Ich gucke parallel bei Footbinder das ganze Ding mal an. Auch ein nices Trikot hier am Start. Äh, Muklede ist am Start. Und zwar kostet er 300k. 300k, du kannst gerne mal deine Reaction rein starten. Auf der Playstation sogar 350k. 300k auf der Xbox, 314k am PC. Drei Sterne, also drei Sterne von Red Bull Leipzig. Und den mit einem ordentlichen Encore oder mit einem Shadow. Ja, 95er Innenverteidiger oder 93er Innenverteidiger. Ja, ihr seht es jetzt hier gerade. Es ist halt, wie gesagt, einfach eine richtig geile Karte. Und da gucken wir mal, ob er schon reingeschrieben hat. Und vielleicht eine Reaction drauf geballert hat. Not bad hat er reingeschrieben. Und zwei Daumen nach oben. Also, ich würde sagen, das war top. Ne, die anderen fünf Sets, weiß ich nicht. Ob du die morgen machst oder, ja, wahrscheinlich machst du die morgen dann auf. Ähm, André schaut rein. Der geht fit. Äh, Tobi und André schreiben beide GG rein. Ähm, ja, das ist echt stark. Also, das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding gewesen. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf Packs aufgemacht. Leider waren dreimal Bootscats mit am Start. Ähm, ja, jetzt einmal Mokiele und einmal Stimower. Also zweimal auf jeden Fall heftige Dinger. Und, ähm, dreimal Bootscats. Auch der vom Rating her habe ich euch ja erklärt vorhin schon alles. Äh, beschweren kann man sich da auf jeden Fall eher weniger. Und, äh, der heftige Typ schreibt gerade rein, die anderen Packs kommen alle morgen ran. Also, da wisst ihr Bescheid. Das Video, wenn das heute online geht, um 16 Uhr. Heute Abend geht es natürlich weiter. Ja, und zwar, falls ihr es noch nicht wusstet, wir streamen natürlich auch heute an diesem Freitag, ja. Um 23 Uhr bei Twitch. Folgt uns also gerne auch schon mal bei Twitch. Da werden wir eure Packs öffnen. Egal, ob jetzt noch die 82 Plus Upgrades, Doppel Upgrades, die gerade noch am Start sind. Ob wir die öffnen. Also, falls ihr da also Sets ready machen wollt, in 5er Schritten gehen wir da vor. 5 Sets, 10 Sets, 15 Sets oder 20. Ähm, und, ähm, ja. Squad-Bilding Challenges, wie gesagt, greifen wir an. Und Pack-Openings, wie jetzt zum Beispiel hier bei dem heftigen Typ. Das ist sein Squad. Und, ähm, ja. Er schreibt gerade rein. Er bedankt sich nochmal. Also, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Er hatte vorher Angst. Und jetzt hat er Mokiela am Start. Ähm, ich sehe gerade, du hast auch Van Dijk am Start. Aber auf jeden Fall hier für ein Condogbia mehr als ein Upgrade. Und, äh, damit würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zerstört gerne den Like-Button. Ihr wisst Bescheid. 300 Likes gebe ich wieder als Ziel raus. Lasst uns die so schnell wie möglich voll machen. Lasst ein Abo da, wenn ihr generell zum Team of the Season keine weiteren Squad-Bilding Challenges, Pack-Openings, etc. pp. verpassen wollt. Checkt den Kanal einfach gerne mal ab, wenn ihr neu seid. Und damit reingehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.